Bist du bereit, liebe Izzy, für eine ganz, ganz besondere Challenge mit mir, dem Challenge-Profi? Nein, bin ich nicht. Bist du nicht bereit? Nein. Izzy, ich bin der Challenge-Profi und wir müssen gegeneinander antreten. Okay, ich gehe jetzt einfach. Ciao, ciao Izzy, war schön mit dir. Liebe Leute, ich habe mir heute etwas ganz, ganz Feines ausgedacht mit der guten alten Izzy, weil Izzy hat so etwas noch nie im... Izzy, kannst du mal aufhören, den Leuten den Hintern ins Gesicht zu strecken? Na komm, Mensch, jetzt guck dir nicht meinen Hintern an. Ja, du streckst ihn ins Gesicht, Mann. Nein, ich will einfach nur nicht mitmachen. Leute, pass auf, ich habe mir etwas ganz Besonderes ausgedacht, weil die gute alte Izzy-Cheesy kennt das Ganze hier nämlich noch gar nicht. Und zwar ist es eine Challenge, Izzy. Es ist eine Challenge um Leben und Brot. Hast du zufällig Brot dabei? Um Leber und Brot? Was, um Leben? Okay, alles klar. Wir werden nämlich heute versuchen, gegeneinander anzutreten. Also, wir werden natürlich gegeneinander antreten, aber ich würde mal sagen, Izzy, ich werde dich jetzt nicht spoilern, du wirst es nämlich gleich sehen. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal auf Start. Werden das... Oh. Was passiert hier? Wieso stehe ich hier in dir drin? Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Oh, drei Sekunden warten. Izzy, hör jetzt auf. Ich habe schon gewonnen. Hör auf, wir haben... Ich habe schon gewonnen. Warte kurz. Warte. Spawn Protection. Okay, es geht los. Izzy, wir müssen versuchen zu... Was müssen wir machen? Wir müssen versuchen zu überleben, ohne Schaden zu bekommen. Okay? Wir müssen versuchen... Und wer hat gewonnen? Es gewinnt keiner. Ja, wir müssen halt erstmal probieren, irgendwie diesen Parcours zu absolvieren, okay? Ohne, dass du runterfällst. Okay, zu absolvieren. Vielleicht müssen wir sogar tatsächlich irgendwie einfach nur ins Wasser springen. Wahrscheinlich. Tatsache, 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 Tatsache. Oh mein Gott. Okay, ich bin da. Ja, 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 ja. Okay, wir müssen dann hier versuchen, einfach nur den Knöppel zu finden, glaube ich, um ins nächste Level zu kommen. Meinst du, hier ist irgendein Knopf? Äh... Ich habe einen Fortschritt gemacht. Äh, wie? Wieso hast du... Weil man im hohen Gras stand. Irgendwie. Keine Ahnung. Okay, warte, entspann dich, Izzy. Ich glaube, wir müssen... Aber wie kommen wir denn jetzt weiter? Ich glaube, wir müssen hier dann einfach den Knopf finden, um einfach ins nächste Level zu kommen. Fertig, aus. So einfach ist es. Hast du irgendwas gefunden? Nö, ich finde hier gerade gar nichts. Aber vielleicht ist er ja sogar tatsächlich hier unterm Baum. Findest du was? Ich finde auch nichts. Hä? Irgendeine Ecke oder sowas vielleicht? Level 2? Wie hast du das gemacht? Ich habe den Knopf gefunden. Ach da. Oh mein Gott. Wie, no. Ich bin da eben tausendmal dran vorbei. Lars? Nein, ich kriege selbst Dings. Ich kriege selbst Protection, wenn du Dings. Wenn du spawnst. Ah! Ah! Oh mein Gott. Oh nein, ich kann mich auch nicht bewegen. Vielen Dank. Hörst du mal auf zu sterben jetzt? Ja, okay. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Okay, geh du vor. Falls du es schaffen, soll ich dich boosten. Witzig, Lars. Sehr, sehr witzig. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Alright. So, was steht hier? Nein! Oh nein, Izzy. Was hast du gemacht? Ich habe einen Diamond Block. Ich habe einen Diamond Block. Kannst du mich mal kurz zu dir tippen? Okay, tippe Lars oder so. Easy. Cheesy. Okay, ich töte dich jetzt. Du hast jetzt einen Punkt. Von mir gekriegt, dass ich dich nicht... Ja, auf damit. Nee, nee, alles gut. Okay, okay. Nicht mich töten, bitte. Okay, warte mal. Steht hier irgendwas dran? Shaded. Was heißt denn Shaded? Ja, guck mal. Hier steht hier. Hier hinten ist ein Schild. Shaded Flower. Hier ist ein Schwert. Bin ich dumm? Okay. Ja, hier ist ein Schwert in der Kisse. Guck dir das mal an. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen... Okay. Ah. Was denn? Wir müssen irgendwie mit einem Emerald oder sowas müssen wir hier... Ah, okay. Der Typ... Ah, verstehe. Got it. Got it. Got it. Pass auf. Okay. Was hast du? Wir müssen mit dem Typen hier handeln. Und zwar will der ein Schwert für einen Emerald. So. Und dann müssen wir hier im Shapecraft. Genau. Zack. Und jetzt mache ich das kurz easy. Ich kriege es hin. Wieso will er mir Brot geben? Okay. Okay, jetzt haben wir hier The Dirtest of the Dust. Of Durst. Dirt. Was haben wir jetzt da? Ich weiß zwar nicht, was das Ding bringen soll. Okay. The Shade is Hidden Flower. Okay, verstehe. Verstehe, Isi? Ich habe es komplett verstanden. Du hast überhaupt nichts verstanden. Ich weiß ganz genau, was wir machen müssen. Du hast gar keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen da rauf, oder? Also hier... Meinst du, wir müssen da rum? Guck mal. Guck mal, wo bist du? Hier bin ich. Lest mal drauf, was da steht. Das ist der einzige... Da steht dran Erde. Da steht Durst. The Dirtest of Dirts. Aber wie zur Hölle? Vielleicht müssen wir... Vielleicht müssen wir einen anderen Weg gehen. Nein, du bist gestorben. Ja, ja, ja. Aber vielleicht müssen wir einen anderen Weg geben. Gehen. Geben. Gehen. Ja, darum vielleicht, ne? Ja, ja, eben. Eben, eben. Warte mal. Wir probieren es mal aus. Ich versuche es, okay? Isi. Ich habe mein Bestes gegeben. Nein, du bist doch auch gestorben. Isi, warte auf mich bitte. Warte. Ja, jetzt komm schon. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ah, mein Fuß. Es tut mir leid, es tut mir leid, Isi. Isi, warte bitte auf mich, okay? Bitte nicht hier. Was kann man mit dem traden? Warte mal, ein Emerald. Ah, man kann Diamanten. Hast du, achso, hast du schon gemacht, die Diamanten? Isi, ich habe das alles schon erledigt. Ja, du brauchst... Oh nein, was machen wir denn jetzt damit? Was? Geh mal, geh mal aus dem Weg. Geh mal aus dem Weg. Also, der will, der will immer noch diesen Dirt. Isi, da... Guck mal bitte an die Decke. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. Ich habe ihn noch auf den Punkt gehabt. Alter, es hat voll gelaggt, Alter, gerade. Wolltest du gerade sagen? Ja, ja, ja. Okay, okay, es geht jetzt weiter. Das. Es tut mir leid, aber diese... Nein, es reicht mir. Hey, wo hast du denn diesen Diablock wieder? Wieso hast du keinen... Ich habe gerade... Ich habe gerade keinen Schaden bekommen. Nicht hauen. Ich glaube, ich hatte noch Protection. Ganz ruhig. Bleib cool. Bleib cool. Also, hier geht es nicht lang. Da unten geht es nicht lang? Oh mein Gott, Isi, hier geht es nicht lang. Ich muss hier sterben. Toll. Okay, bleib cool. Ne, da geht es nicht lang, glaube ich. Ich glaube... Lass mich mal überlegen. Lass mich mal überlegen. Geht es hier irgendwo lang? Wann höre ich denn wieder auf zu brennen? Geht es hier hoch? Ne, hoch geht es nicht. Da unten, da unten, da unten. Guck mal. Da ist so Wasser. Man sagt nicht, wir müssen da ans Wasser springen. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Hey, ja tatsächlich. Das geht wirklich nicht. Also, wie soll man das machen? Ich weiß es nicht. Du hast dich gerade angehört wie ein Roboter. Ah, doch, da nach unten, genau. Oh mein Gott. Ah! Oh mein Gott. Mist. Sorry. Sorry, sorry. Ja, hol mich zu dir, hol mich zu dir, hol mich zu dir. Okay. Okay, okay. TP, äh, warte mal. Ups. Oh, okay. Ich bin da, bin da. Hi. Okay. Oh, guck mal, da ist was. Ach so, eine Lampe, wow. Was? Oh mein Gott, da ist eine Lampe. Oh, Diamant. Kann man, kann man irgendwo hier hoch? Lars, hast du das gehört? Das ist ein Schweinezombie. Ja, nee, ich habe einfach Hunger. Sie sind gefährlich. Ich habe einfach Hunger. Das ist mein Magenknurren. Oh mein Gott. War das wirklich dein Magen? Sorry. Izzy, versuch bitte nicht zu stemmen. Woran bist du gerade gestorben? TP mich, TP mich, TP mich, TP mich, TP mich, TP mich. Hol mich wieder zu dir. Sehr gut. Ich bin am Fallschaden gestorben. Kletter mal da irgendwie hoch. Oh mein Gott. So, hier. Hier geht es nach oben. Hier müssen sie mitkommen. Okay, ich bin bei dir. Jetzt muss man eigentlich da rum, glaube ich. Chill. Vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie nach oben kommen, okay? Irgendwie müssen wir nach oben. Okay, da geht es nicht lang. Ich gehe mal hier runter. So. Okay, hier geht es auch nicht lang. Izzy, beruhig dich, Izzy. Beruhig dich. Bleib cool. Ich bin doch ruhig. Izzy, bleib ruhig. Immer cool bleiben, Izzy. Hier oben ist, hier oben ist, soweit ich weiß nichts. Okay, TP. Oh mein Gott. Zum Glück, Alter. Zum Glück. Okay, lass mal gucken, ob wir irgendwie, lass mal irgendwie schauen, ob wir irgendwie nach da oben kommen. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Wir könnten von da nach oben? Ich glaube, wir müssen hier, wir müssen hier, guck mal, hier hin. Hier irgendwie auf dieses Zwischenstück hier. Da rein. Ja, da war ich schon. Hier, so. Und jetzt? Und jetzt springen wir auf die andere Seite. Geht das? Boah, das ist aber nicht einfach. Oh. Okay, ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie bist du da hingekommen, Mann? Ich weiß es nicht. Mit ein bisschen Glück. Izzy, dein Internet spinnt rum. Oh. Komm her. Okay, danke schön, danke schön. Mit meinem Internet ist alles gut. Warte, du guckst hier auf der Seite, ich gucke drüben, okay? Zack. Schau mal drüben alles nach, Izzy. So, ich schau mal hier hinten irgendwo. Okay. Ich schau mal hier irgendwo, ob hier irgendwas ist. Also hier, hier ist definitiv nichts. Ah, hier ist definitiv. Sind wir falsch? Sind wir falsch gegangen? Nein, das muss richtig sein. Sind wir falsch? Hast du hier den Baum schon mal komplett inspiziert? Inspiziert, 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 inspiziert? Oh. Ist da was? Oben. Oh mein Gott. Wow. Oh nein. Nein. Wir sind so richtige Boons, ey. Okay, das hier ist der falsche Weg. Bin ich bei dir? Ich bin bei dir, okay. Oh, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist sogar... Ist das hier richtig? Oh oh. Ich habe keine... Oh nein. Okay, du bist bei mir. Gut, gut, gut. Ich bin da. Board Protection, okay. Warte mal, ich gehe vor, okay? Das war echt gut. Oh nein. Das war echt wirklich gut. Los, hau rein. Hau rein. Guck mal, hier hinter ist auch noch was, wenn du so runter guckst. Siehst du, da ist das und... Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Nee, ich glaube nicht. Warte mal, geht mal hier runter oder da runter? Hier runter vielleicht? Oh nein, wieso geht das nicht? Nee, das ist hier... Das ist hier... Alter, ich stehe direkt an der Kante. Ich stehe direkt an der Kante. Okay, ganz vorsichtig. Also, von da nach da geht nicht. Das geht auf gar keinen Fall. Von hier nach da geht auch nicht. Aber von hier vielleicht... Von da nach... Da oben geht auch nicht. Von dies nach dort, nach dies. Ah, got it. Guck mal, von hier... Hast du es? ...nach... Ah, nee, geht nicht. Hintenrum, ja, habe ich auch überlegt. Aber das ist, glaube ich, schwierig. Aber wie machen wir das denn jetzt? Alter, keine Ahnung. Also, wenn du von hier... Hä? Von hier kriegst du definitiv Damage, wenn du da hinspringst. Ey, das gibt es doch gar nicht. Nee, du darfst nur sprinten, wenn du da hinspringst. Also, sobald du springst... Ja, das ist klar. Dann kommt da nochmal... Ja, das geht. Das geht, das funktioniert. Echt, das geht? Ja. Bei mir nicht. Ja, du bist ja auch nicht auf die Insel da drüben gegangen, du Dummbats. Achso, war ich auf der falschen? Ja. Achso. Oh, Junge. Okay, ich bin da. Ah, nein, wir dürfen jetzt nicht... Wir dürfen jetzt keinen Fehler machen. Keinen Fehler, Mäkelschmink. Mach keine Fehler. Die Frage ist, wo müssen wir eigentlich hin? Ich weiß nicht, ob wir einfach nur nach unten müssen. Ich pass... Aua. Kommst du zu mir? Ja, tippe mich schnell. Ja, ja, ich bin da. Ähm, geh du mal vor. Ich warte hier und wenn du einen Fehler machst, dann kann ich dich dp'n, ja? Und dann... Okay. So. Lars, go, go, Lars, Lars, go. Go ins Bett, Lars, jetzt. Ab sofort. Nein! Ja, ja, ja. Hey, schönes Lied. Willst du mir eigentlich nochmal ein Lied singen? Du hast mir doch letztens so was Schönes vorgesungen. Achso, ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Hast du Lust darauf, dass ich dir mal ein Liebeslied schreibe? Oh, nein, bitte nicht. Nein! Ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen. Du bist schon wieder on, Lars. Okay, Izzy, probier du das mal. Ich bin unten, Lars. Komm, jetzt endlich, du Lade-Lage. Okay, warte, chill doch mal kurz. Oh, du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Super. Ich bin der Beste. Wo bist du? Ganz, ganz teuer gemacht. Jetzt müssen wir nur noch einen Knopf finden irgendwo. Ja. Der Knopf der Knöpfe. Dann such mal. Der Knopf der Macht. Aber wo ist er hin? Oder, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er oben und wir sind einfach umsonst runtergesprungen. Oh mein Gott, das wäre so mies. Das ist so übel. Das wäre so mies, wirklich. Hier ist Lava irgendwo. Hier ist aber, ich finde jetzt gerade... Ich habe einen Knopf! Ich finde keinen Knopf gerade. In der Ecke. Du musst in der Ecke gucken. Oh mein Gott, wie unfair. Wie hast du den denn so schnell... Du hast gecheatet. Hacks. Oha. Easy Art Hacks. Nein, habe ich gar nicht. Das ist gemein. Sagst du was nicht. Guck mal, da unten ist Wasser irgendwie. Das ist kein Wasser. Das ist kein Wasser. Das ist Dings. Das ist einfach nur... Da ist Wasser tatsächlich. Aber da können wir, glaube ich, nicht hinspringen. Oder vielleicht doch? Da ist es nicht. Vielleicht mit voller Karacho hier in die Ecke. Frage ich umsonst hin. Nee, das ist falsch. Das ist dezinitiv. Nein, ich bin schon wieder... Sorry, 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 sorry. Ach, Lars. Lernt mal, wie man richtig spielt. So, ich bin hier auf der Skyblock-Insel. Und hier ist ein Papier, da steht, unter mir ist der Knopf. Oh, okay. Warte, ich komme mal rüber zu dir. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn noch gefunden. Bist du da? Ja, ich war gerade da. Ich muss gleich mal drücken. Ja, ich bin Level 6. Tatsache, das hat funktioniert. Ey, voll easy. Hä, ich bin jetzt auch mit dir sogar Level 6 gedingst. Ja, nice. Das ist nice. Okay, warte mal. Okay, wo geht es hin? Ich glaube, jetzt müssen wir hier ins Dings gehen. Das Ding ist, ich glaube, wir werden ertrinken. Wenn wir keine Luft trinken. Wenn wir keine Luft trinken. Hier ist aber ganz schön dunkel gerade drin. Oh mein Gott. Ist hier oben was? Ich kriege mal da oben Luft. Nein, man kriegt hier keine Luft. Lars, man kriegt hier keine Luft. Nein, wir werden sterben. Oh mein Gott, da geht es wieder. Ich bin gestorben. Tschüss. Warte kurz. Okay, warte kurz. Ey, das ist nicht einfach. Ich muss echt sagen, wir sind ein absolutes Dreamteam, weißt du. Ich kriege es hin, den Weg zu finden. Und du kriegst es hin, nicht zu sterben. Den Weg zu machen. Warte mal, ich muss mal. Warte mal, wir machen uns kurz Dings. Slash-Effekt. Wir machen uns mal kurz Effect. Night Vision. Lars oder so. Minecraft Night Vision. Eine Billiarden. So. Okay, nur, dass wir jetzt mal Dings, dass wir mal ein bisschen genauer sehen können. Und für die Zuschauer natürlich auch, dass sie sehen, wo wir hier hin müssen. Äh, ich bin tot, Lars. Hey, da ist eine Kiste. Ja, da ist nichts drin. Geht da bloß nicht hin. Die ist ein Troll. Die ist ein Troll. Aber du kriegst da doch bestimmt Luft dazwischen, oder nicht? Nein, kriegst du nicht. Die ist ein totaler Troll. Okay, dann bin ich jetzt tot. Ja. Du kannst aber dich trotzdem noch bewegen, komischerweise. Nein, ich habe jetzt dieses Spawn-Ding. Jetzt kann ich mich nicht bewegen. Hey, ich konnte mich eben noch bewegen. Oh mein Gott. Und dieses komische Raum hinten ist auch ein totaler Troll. Aber kann man da, kriegt man da Dings? Nein, da kriegst du keine Luft. Ich mach mir nochmal kurz Effekt. Ich kann mich trotz Dings, trotz Spawn-Protection kann ich mich noch bewegen, komischerweise. Okay. Warte, ich bewege mich mal nach da. Hier nach hier hinten irgendwie. Da hinten muss es sein. Ja, 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 ja. Ist es da? Bist du, bist du, oh mein Gott, du bist wieder gestunnt. Ja, bin ich. Aber ich kann mich bewegen gerade. Ist es da hinten in der Ecke? Ist da hinten irgendwas? Warte, ich komme. Nein, hier ist nichts. Ehrlich jetzt? Ich glaube, da ist nichts. Ja, ich habe nichts gesehen. Keine Ahnung. Okay. Muss mal gucken. Vielleicht findest du da ja was. Okay, let's go. Ich gehe ganz schnell. Ich gehe ganz schnell. Ich gehe ganz schnell, so schnell wie ich kann. Du guckst unten und ich gucke oben, okay? Und dem Ding, du guckst unten. Guck unten, guck dich unten um. Oh mein Gott, hier ist, hier ist, da ist nichts drinne. Da ist nichts drinne, Izzy. Nichts, gar nichts. Hilfe. Ich bin auch tot. Oh nein. Gib dir mal Night Vision. Hast du Night Vision gemacht? Nein, habe ich nicht. Vielleicht bringt das ein bisschen was. Weiß nicht, wie es geht. Ähm, Slash-Effekt, Easy-Cheesy, Minecraft-Night-Vision, eine Million. Easy-Cheesy, Minecraft-Night-Vision, was? Eine Million. Eine Million. Hier ist nichts, gar nichts. Hä, das ist, oder haben wir, vielleicht geht es am Anfang, vielleicht noch am Anfang irgendwo. Nee, nee. Ey, das wäre so unfair. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist, oh, warte kurz, bevor du rausgehst. Okay. Lass gleich zusammen nochmal gehen, okay? Okay. Zack, ich habe mir die Night Vision gegeben, damit die Leute was sehen können. Und jetzt geh durch, geh durch. Okay. Äh, warte, und let's go. Okay, jetzt sehe ich was. Ja, das ist ein bisschen besser so. Und direkt nach oben musst du. So. Direkt nach oben? Nee, 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 nee. Schwimm direkt durch. Durch, 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 durch. Hier ist nichts, 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 nichts. Bis man hier hin... Ich bin tot. Bis man hier ankommt... Ist man eigentlich schon tot, oder? Ist man, ist man tot, ja. Go, 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 go. Okay, los, gib Gummi, Alter. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, wo kommen wir jetzt überhaupt? Wir müssen Dings, wir müssen da irgendwie rein und dann nach ganz schnell, ganz schnell nach oben. Ganz, ganz schnell nach oben einfach. Oh mein Gott, das wird knapp, das wird, das wird, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ah, ich bin falsch. Ah, ich hab's auch, ich hab's auch. Ich, Izzy, drück den Knopf, drück ihn, drück ihn. Okay, ich bin da. Oh mein Gott. Hast du gedrückt? Ja. Oh mein Gott, Alter, hä, wo bist du? Ich bin nicht da. Ich bin tot. Oh, jetzt bin ich da. Ich bin wieder am Anfang. Izzy, tippe mich, tippe mich schnell. Nein, das ist nicht. Was ist gerade, was ist gerade passiert? Ich weiß nicht. Hä, wieso stirbst du immer? Irgendwie Feuerwerk oder sowas, guck mal. Hä, wahrscheinlich. Tippe mich? Ja, ich hab dich eigentlich tippet. Bist du bei mir? Ja. Hä, hier kommt irgendein Feuerwerk und davon stirbt man oder was? Ey, das ist ja crazy. Anscheinend. Mal das mal hier rein. Oh mein Gott, das bricht ja richtig aus. Guck mal, das ist funktionierender Vulkan. Ich glaub, das soll ein Lava, das soll ein Vulkan sein, genau. Das ist ein Vulkan. Ey, wie heftig. Okay, ich hab das Gefühl, dass wir uns nicht dem Ding hier nähern dürfen. Irgendwie. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Kann man hier gegen? Nein! Das ist Dings, das ist ein Magma-Slime. Okay. Aber wirst du auch als wieder zurück teleportiert hier? Ja, ja, ich werd wieder hierher teleportiert. Okay. Was machen wir denn jetzt? Warte, ich probier mal hier runter zu gehen. Immer, genau. Oh mein Gott, da ist sogar eine Lohre. Ein kleiner Zombie-Pickman. Ich laufe mal einen ganz großen Bogen um die rum. Oh. Guck mal, ob du da runter gehen kannst. Guck mal, ob du da runter kannst. Okay. Ich kann da eigentlich nirgends hin. Warte mal. Wenn ich hier hinten springe. Ich glaube, da hinten. Ich glaube... Hier hinten kannst du hinspringen. Auf die Blöcke. Auf die Blöcke. Fertig. Low. Es tut mir leid. Warum werde ich denn als in dieses alte Level zurück teleportiert? Oh nein. Bleib cool. Immer cool bleiben, Isi. Okay, wenn jetzt... Ich wüsste jetzt den Knopf finden, lass. Also nach da oben geht's, glaube ich nicht. Nicht knopflos werden. Oh mein Gott, Isi. Der war so schlecht. Ja. Aber da rüber. Geh mal du da rüber. Ich guck mich mal hier um. Ich geh hier auf die andere Seite, glaube ich. Mein Gott. Ich hoffe, der Vulkan trifft mich nicht. Ach was. Oh nein. Ich probier mal hier rüber zu springen. Ja, durch den Spaß. Ey, nice. Damit nicht, dass da ein Knopf ist. Nee. Vielleicht ist es hier hinter. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Da hinten ist irgendwas. Aber ich glaube, da kommt man nicht dran. Kann man das irgendwie... Ich kann nicht zoomen irgendwie. Irgendwie geht mein Dings nicht. Mein Zoom. Okay. Aber hier ist nichts. Hier kann man auch nicht hin. Oh man. Oh man. Vorsichtig, Isi. Vorsichtig, da ist Lava hinter dir. Da ist Lava hinter dir. Es ist Lava hinter dir. Jawollo. Yes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sneak, sneak, sneak. Ja, ich sneake. Ich snacke. Oh ja. Einen kleinen Snack für zwischendurch. Okay, wo sind wir jetzt überhaupt gerade? Ich weiß nicht. Traum ich nicht runter zu gehen. Irgendeiner Plattform sind wir jetzt gerade. Okay, da drüben ist noch was. Okay, ich bin unten. Hier rüber. Ey, das sieht voll cool. Das ist ein Schiff. Eine Schulkerbox. Ja, Mann. Das habe ich auch noch... Oh. Ich bin fast runtergejumpt. Ich bin fast runtergejumpt. Pass los auf. Okay, pass auf. Eigentlich voll schön hier. Ich gehe mal nach oben. Ich gehe mal nach oben. Schau mal hier. Hier ist nichts. Okay, hier ist gar nichts. Hier ist ein Knopf. Achso, da geht nur die Tür auf. Warte mal. Und zack. Alles klar. Tschüss. Komm mal von unten wieder hoch. Hier ist ein Drachenkopf. Gib mir mal deinen Drachenkopf. Ich will ihn haben. Ich weiß nicht, ob man wieder hochgehen kann. Vorsichtig, Izzy. Bleib cool. Cool bleiben. Ja, hallo. Ich bin cool. Ich bin Izzy. Izzy. Hier ist irgendwie so ein komisches... Oh mein Gott, ich kriege Levitation. Komm mal hier runter. Komm mal runter. Ich kriege Levitation für ein paar Sekunden. Ich habe hier ein Stück Beton gefunden. Was soll ich hier machen? Oh oh. Was hier oder was? Ähm. Okay, Izzy. Bleib am Boden. Bleib am Boden, Izzy. Oh. Hier? Ah! Sind wir hier richtig? Wie bist du denn da hingekommen? Ich bin runtergelaufen einfach. Oh, du bist so dumm. Komm her. Was? Ich glaube nicht, dass es richtig ist. Wenn wir Levitation kriegen. TP mich mal kurz. Wenn wir Levitation kriegen. Ey, das ist voll cool. Hörst du mir einfach. Ich bin so dumm. Du bist ja auch doof. Ey. Manchmal. Manchmal. Okay? Heute hast du dich echt gut angestellt, muss ich sagen. Leute, lasst ein Like da, weil Izzy sich so gut angestellt hat. Ich bin besser angestellt als du. Ich glaube, wir müssen nach hier unten. Und ich glaube, wir müssen irgendwas hier machen. Oh. Oh mein Gott. Nein. Lars. Nein. Oh mein Gott. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ja. Oh nein. Wir sind wieder zu rillig. Nein, schon wieder. Okay, Leute. Nach diesen wundervollen. Nach diesem wundervollen Video verabschiede ich mich für heute. Liebe Leute, wenn euch diese Half-Hart-Challenge gefällt, lasst einfach mal ein Like da. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Schaut unten im ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Da führt nämlich zu meinem Shop. Da gibt es bei jeder Bestellung eine kostenlose Autogrammkarte dazu. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Haute rein, Leute. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.